Aber ich hab doch was zu geben. Mhm, was? Geilen Sex. Bitte? Ich hab sie geschlagen? Sie hat mich geschlagen. Niemand hat ein Recht, mich zu schlagen. Keiner. Und sie hat mich beleidigt. Sie kennt mich überhaupt nicht und hat mich einfach beleidigt. Und dann haut sie mir eine runter. Die Frau hat geblutet. Ja, es war ein Unfall. Es tut mir leid. Meinst du, ich wollte dir die Frasse polieren? Das wollte ich nicht. Das ist nicht meine Absicht. Meinst du nicht, dass es mir jetzt peinlich ist? Alle gucken mich hier an, als wäre ich ein Monster. Na, dann kannst du es auch nicht. Halt dich doch da raus, Mann. Ich mach keinen Stress. Ich unterhalte mich, okay? Ich will keine 50 Euro. Ich find das scheiße. Warum muss ich dich denn bezahlen, Mann? Es geht nur um den Energiehaushalt. Das hört sich so... Nee, das war jetzt ein Wort aus der... Hier, hier. Nein, so viel will ich doch gar nicht. Ach, Mann. Das guckt mich doch nicht so an. Nimm es, es ist gewaschen. Es ist okay, lass mich in Ruhe. Okay, wer möchte... Ja, ich möchte, ich hab dir gerade Geld gegeben. Es geht doch nicht immer nur um Äußerlichkeiten. Es geht doch darum, was im Bett abgeht. Und bei mir geht eine Menge ab, okay? Mehr als bei euch allen zusammen.